Vom Himmel gefallen Jona stand mit dem Vater vor der Tür. Sie schauten zum Abendhimmel, an dem unzählige Sterne leuchteten. Siehst du dort die Sternschnuppe zur Erde fallen? Wer eine Sternschnuppe fallen sieht, kann sich etwas wünschen. Es geht in Erfüllung, erklärte ihm der Vater. Jona sah die Sternschnuppe langsam zur Erde fallen. Er schloss die Augen und dachte an seinen großen Wunsch. Er wünschte sich so sehr einen Tannenbaum zu Weihnachten. Doch von Jahr zu Jahr wurde er vertröstet. Wir haben ja eine Krippe. Zuerst wird der Vater alle Figuren schnitzen. In diesem Jahr sollte die letzte und wichtigste, das Kind für die Krippe, dazukommen. Jonas bemerkte nicht, wie der Vater ins Haus ging. Und auch den vorbeifahrenden Lastwagen hörte er nicht. Von dem mit Tannenbäumen beladenen Wagen rutschte ein Baum herunter. Der Fahrer nahm es nicht zur Kenntnis und bog um die Ecke. Jonas öffnete die Augen. Vor ihm auf der Straße lag ein Tannenbaum. Aufgeregt rief er den Vater herbei. »Sieh nur, wir haben einen Tannenbaum!« Der Vater blickte überrascht auf den Tannenbaum. Dann die Straße rauf und runter. Niemand schien einen Tannenbaum zu vermissen. »Na sowas, wo kommt denn der her?« Jonas zeigte zum Sternenhimmel. »Da hast du aber fest an die Sternschnuppe und deinen Wunsch gedacht.« »Also gut, tragen wir ihn ins Haus.« Es war die Nacht vor dem heiligen Abend. Da geschehen um Mitternacht geheimnisvolle Dinge. Durch das Fenster schien der Mond. Die Krippe mit den bemalten Krippenfiguren war aufgebaut. Es war ein aus Birkenholz gezimmerter Stall mit einem Strohdach. Im Stall standen ein Esel, ein Ochse, Maria und Josef und die Futterkrippe für die Tiere mit einer kleinen Laterne daneben. Vor dem Stall auf einem grünen Moospolster stand ein Schafhirte mit seinen Schäfchen. Als die alte Wanduhr ihre Zeiger auf die Mitternachtsstunde vorrückte, erwachten die Krippenfiguren aus ihrem tiefen Schlaf. »Muuu!« brüllte der Ochse. »In diesem Jahr soll das Kind für die Krippe dazukommen.« »Ia!« »Ia!« machte der Esel. »Muuu!« »Einen Tannenbaum haben wir auch in diesem Jahr.« »Ia!« nickte der Esel. »Muuu!« »Kannst du nichts anderes sagen als »Ia!« »Du dummer Esel!« »Ia!« »Du Hornochse!« Der Ochse schnaubte. »Soll das ein Schimpfwort für mich sein?« Der Esel wackelte mit seinen Ohren. »Iwo!« »Du kannst froh sein, dass du Hörner hast.« »Ich habe bloß lange Ohren.« »Mäh!« 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 »Blückten die Schafe.« Der Schäfer, auf seinen Hirtenstock gebückt, gähnte. »Macht nicht solchen Lärm!« Der Tannenbaum schüttelte sich vor Lachen so heftig, dass die Strohsternen an seinen Zweigen tanzten. Dann wurde er ernst. »Schluss jetzt mit der Streiterei. Morgen ist der heilige Abend. Darauf wollen wir uns alle freuen.« »Muh!« »Stimmte der Ochse ihm zu.« »Ia!« »Nickte der Esel.« »Mäh!« »Mäh!« machten die Schafe. »Dann gute Nacht zusammen!« sagte der Tannenbaum. Maria und Josef standen schweigend und erwartungsvoll neben der noch leeren Futterkrippe. Es wurde still und dunkel in der Stube. Die Mondstrahlen waren weitergewandert. Endlich war der heilige Abend da. Im Ofen knisserte ein Feuer. Es duftete nach Bratäpfeln. In der Laterne im Krippenstall brannte die Kerze. Vater, Mutter und Jonas kamen in die Stube. Der Vater trug etwas in seinen Händen. Erreichte es Jonas. Es war das Jesuskind, auf das alle gewartet hatten. Jonas legte es behutsam auf das Stroh in der Futterkrippe. Alle bewunderten nun die Krippe mit den schönen Krippenfiguren und auch den Tannenbaum, der auf so ungewöhnlichem Weg zu ihnen gekommen war. Sie sangen gemeinsam ein Weihnachtslied. Bevor der Vater dann wie in jedem Jahr »Frohe Weihnachten« wünschen konnte, rief Jonas mit strahlenden Augen auf den Tannenbaum zeigend »Vom Himmel gefallen«, »Frohe Weihnachten«,